Ruhe, bitte. Stein. Was kann man sich alles erlauben, bis man für die Politik untragbar geworden ist? Die Realität ist manchmal schlimmer als das, was man sich irgendwie so ausdenken kann. Dass in Deutschland fast alles scheinbar ohne Konsequenz möglich ist. Solidarität mit Ursula Haferbeck. Ach, dieses Bild. Ach, der mit... Der demokratische CDU-CSU-Wähler. Dieses Bild ist einfach legendär. Dieses Bild sagt mehr CDU, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, ist das toll. Das ist echt übrigens. Das ist nicht gefälscht. Philipp Amthor hat das Bild über Instagram verteilt. Das war sehr wild. Sehr, sehr wild. Können wir uns heute am Fall eines Mannes ansehen, der das zukünftige Gesicht der CDU werden könnte. Rhetorisch gewandt, wertkonservativ und innerhalb von wenigen Jahren zum Meme geworden. Aber unter der geschickten Selbstinszenierung als unschuldiger Junge vom Lande steckt ein knallharter Stratege, der bereits bewiesen hat, dass er keine Skrupel hat, die Regeln der Moral hinter sich zu lassen, um sich auf Kosten des Volkes zu bereichern. Und hinter ihm stehen noch viele andere. Heute geht es um nichts weniger als darum, wie Lobbyismus in den höchsten Kreisen unsere Demokratie zerstört. Ich muss sagen, Grüße gehen raus an den Parabelritter, a.k.a. Alex, glaube ich sogar. Gute Arbeit mit dem letzten Video. Ich freue mich jetzt schon auf dieses Video. Der hat ja auch mal hier reingeschaut mit seinem Stream, jüngst vorbeigeschaut. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Mir gefällt der Twist hier sehr gut. Ich habe damals immer mal geguckt mit, welche Death Metal Band ist overrated. Aber das mag ich auch sehr. Give me more of this. Hallo meine lieben Freunde. Für das heutige Video habe ich mir den Bundestagsabgeordneten und Lobbyismus-Experten Marco Bülow eingeladen. Denn auch wenn wir über Amthor sprechen, das eigentliche Thema ist Lobbyismus. Und Amthor und seine Freunde sind das beste Beispiel dafür, wie weit unsere Demokratie bereits davon ausgehöhlt ist. Amthor steht jetzt erneut unter Verdacht der Korruption, nachdem TikTok eine verdeckte Spende an die Junge Union schicken sollte, wo er Schatzmeister ist. Ich gebe ihm jetzt aber nicht die Genugtuung, ihn zu zerstören. Sonst könnte er wieder auf sein Meme-Repertoire zurückgreifen. Ich werde mich einfach wundern. Ich werde mich wundern über den Zustand unserer Demokratie. Bitte teilt, liked und kommentiert das Video, dass wir wieder eine so breite Öffentlichkeit erreichen können, wie das in den letzten beiden der Fall war. Danke übrigens an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für euer Interesse an meiner Arbeit. Ich weiß das ja zu schätzen. Wer mein Laschet-Video gesehen hat, der überlege jetzt mal an dieser Stelle ganz kurz, wie lange Laschet bereits Politiker ist im Vergleich zu den paar Jahren, in denen Amthor eine Rolle spielt. Und dahingehend wird es gleich richtig finster. Als Amthor sich als frischgebackener Bundestagsabgeordneter seinen ersten, ich sag mal, Ausrutscher genehmigte, da sagte die CDU, ja, Anfängerfehler, er war einfach zu euphorisch, zu jung. Damit meinten sie natürlich nicht den Versuch, sich zu bereichern, sondern sich derart schnell erwischen zu lassen. Beim zweiten und dritten Fehltritt ist das, sag ich mal, etwas schwierig. Aber glücklicherweise ist sich Amthor bewusst, dass hier Stellung bezogen werden muss. Ich meine, er hat schon damals, direkt nach der Korruptionsaffäre, konsequent kein Interview gegeben und keine kritischen Fragen beantwortet und ist halt dem ausgewichen. Wenn du das machst, solltest du vielleicht nicht, also ey, wir spielen es einfach ab. Mache ich keinen Bogen drum, gehört auch dazu, finde ich, in der Politik, dass man Fehler eingesteht, daraus Konsequenzen zieht und daraus... Oh mein Gott, war das seine Gaming-Night? ...perrennt und deswegen gilt für alle Streams auch für diesen, wir machen auch um unangenehme Themen keinen Bogen und wir lesen auch das, was ihr im Chat schreibt. Oh, dieser Twitch-Stream, der war gelinde gesagt. Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab nur davon gehört. Der scheint wohl so gut gewesen zu sein, dass selbst die Space Frogs einen Livestream auf YouTube gemacht haben, wo sie darauf reagiert haben. Genauso wie man ihn erwarten würde. Lasst uns einen Blick auf einen Politiker werfen, der selbst sehr oft über Moral spricht, aber dessen Handeln eigentlich nichts damit zu tun hat. Ich werde mich in diesem Video folgen... Der hat wirklich stattgefunden. Schluss mit Schabernack jetzt! ...fragen widmen. Ist Amthor bestechlich? Ist Amthor ein Nazi? Und wie am Arsch ist unsere Demokratie eigentlich? Bevor wir beginnen... Wie am Amthor ist unsere Demokratie eigentlich? ...muss ich noch zwei Dinge feststellen und zwar in Bezug auf das Laschet-Video. Zum einen handelt es sich bei der im Laschet angesprochenen Burschenschaften, streng genommen um katholische Studentenverbindung, nicht um Burschenschaften. Das ist eine Definitionsfrage. Die unterscheiden sich vor allen Dingen darin, dass sie halt ohne Degenkämpfe auskommen. Und Joe Laschet ist nicht der Vintage-Bursche. Das tut mir wirklich sehr leid, dass ich das durcheinander gebracht habe. Der richtige Vintage-Bursche heißt eigentlich Niklas, ist ein dufter Typ und seine Lieblingsband sind die japanischen Kampfhörsspiele. Die habe ich tatsächlich seit Jahren verwechselt und es tut mir sehr leid. So, nun aber zum... Ich habe Angst, dass ich die ganze Zeit vor Text bin. Aber ich kann vor Text sein oder vor seinem Gesicht. Für die neuen Helden der CDU blicken wir auf die Amthor-Saga. Und wie jede gute Saga beginnen wir mit der Origin-Story. Er ist am 10. November 1992 geboren. Bis 2017 studiert er an der Uni Greifswald. Aufgewachsen ist Amthor in einfachem Verhältnis. Bei seiner alleinerziehenden Mutter in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und wie jeder Superheld hat auch er ein dunkles Geheimnis. Und das ist sein Vater, über den er nicht spricht. Vielleicht war der ja mal in der SPD und wird deshalb von ihm verleugnet. Wer weiß... Mit 16 Jahren trat er der Jungen Union bei und nach dem... Stimmt. Jetzt wo ich überlege und ich habe kurz gelacht, aber ich weiß über die Eltern von Amthor gar nichts. ...Abitur entschied er sich für das Jurastudium in Greifswald. Natürlich, ich weiß auch nicht, ob ich das noch erwähnen muss, mit Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2017 wurde er per Direktmandat als einer der jüngsten überhaupt in den Deutschen Bundestag gewählt. Amthor ist zwei Jahre älter als ich. Auch er kommt aus der ostdeutschen Provinz. Wir beide wissen, dass man mit diesem Hintergrund wirklich kämpfen muss, um akzeptiert zu werden. Das ist kein Spaß. Das stelle ich jetzt hier einfach so in den Raum. Ah, das klingt ja. Ja. Die Erfahrung macht man. Man wird nämlich als Ostdeutscher im Establishment immer noch belächelt. Und man hat eben keine Connections. Und die Berliner Zeitung schreibt zu ihm, Man tritt Philipp Amthor wahrscheinlich nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er sich seiner Außenseiterrolle bewusst war und unbedingt dazugehören wollte. Wir haben ihn gefragt von Merkels Nachfolger. Ach. Ja, ja, ja. Leute, hört auf mit so was. Er wusste genau, wie er in einer an permanenter Aufregung interessierten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit und damit Sichtbarkeit generieren konnte. In keiner Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Man saß an seiner Frisur, seiner Kleidung, seiner Äußerung. Alles aufreizend konservativ. Je mehr das linksliberale Lager ihn hasste, desto besser. Er wollte unbedingt nach oben. Danke, Kim. Das machte ihn offenbar verführbar. Oh, Junge. Wer würde nicht zugreifen, wenn zwielichtige Startup-Typen dir Geld und Ruhm versprechen? Während Laschet am Anfang seiner Karriere den progressiven Rebell gab, machte es Amthor genau umgedreht. Er wurde zum strammen konservativen Rebell. Für eine neue 2K-Smart. An und für sich eigentlich gar nicht zusammenpasst. 2016 war er Mitinitiator des konservativen Kreises in der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem zusammen mit Sascha Ott, dem stellvertretenden Leiter der Staatsanwaltschaft Strahl-Sund, dessen politische Karriere an den Likes auf AfD-Seiten auf Facebook scheiterte. Rechts neben uns kann sich nichts mehr an demokratischen Parteien befinden, deklamierte Ott damals. Um hier mal die SVZ zu zitieren. Eine der wichtigsten Positionen, so brachte es laut Amthor, die Gründungsmitglieder in Fragebögen zum Ausdruck. Konsequente Strafverfolgung und strikte Umsetzung des Asylrechts mehrheitlich positionierten sich die Befragten gegen Gender-Mainstreaming, gegen verstärkte Sexual-Frühaufklärung und gegen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Also da könnt ihr ungefähr mal einordnen, wofür sich Amthor damals schon politisch stark gemacht hat. Das ist übrigens fast, also ziemlich 1 zu 1 dem AfD-Wahlprogramm zu erheben. Dass dies jetzt lupenreine Kopien von... Nun, AfD-Positionen sind, es ist wieder eine Ungerection, oder? Hat den Kreis damals nicht angefischt. Ja, zurück nach rechts. Das ist ein Trend in der CDU, wirklich. Amthor wird dafür gefeiert, diesen Weg auch zu vertreten. Stellen wir also zuerst die Frage, die wir am schnellsten beantworten können und mit der wir uns erstmal so ein bisschen warmlaufen für das heutige Video. Es ist nämlich ein kleines bisschen umfangreicher, weil wir in ein ziemliches Netz fallen werden. Ist Amthor ein Nazi? Es ging letztens ein Bild durch die Medien, wie Amthor... Oh, dieses Bild. Können wir es nochmal sehen, bitte? ...am Rande einer... Das ist wirklich... Ist das wild. Pferdesportveranstaltung mit zwei Männern posierte. Die Echtheit des Bildes wurde von Amthor relativ fix bestätigt. Einer der Männer trug darauf ein T-Hemd, wie man es in diesen Kreisen nennt, mit dem Slogan Solidarität mit Ursula Haferbeck. Also das Rote Kreuz, ich meine es war das Rote Kreuz, die haben ja auch immer in Auschwitz inspiziert und die haben ja eine sehr moderne Klinik da festgestellt und um die Kranken wurde sich sehr bekümmert. Man kann doch nicht erwähnen, was es nicht gab. Das ist eine bekannte Holocaust-Leugnerin, die zu einem der Symbole der rechten Szene in Deutschland geworden ist. Ja, jeder Berufspolitiker weiß, wer Ursula Haferbeck ist. Fast jeder. Ein kleiner Mecklenburg-Vorpommer-Pommer-Pommer-Rinde. Wie sagt man das? Ein kleiner Politiker aus dem MV kann sich da... Solidarität mit Ursula Haferbeck. Ist natürlich auch doof, wenn sie irgendwie verarscht haben und er hat vorher den Pulli ausgezogen oder sowas. Das wäre natürlich ärgerlich. Wofür sie steht, was sie für ein Symbol ist. Seine Ausrede ist, dass es ein schnelles Bild nebenbei war. Für alle, die glauben, diese Aussage sei... Legit. Ne. Egal wie nebenbei man ein Foto macht, man erkennt die Shirts, die Leute tragen. Ich weiß das aus erster Hand, weil ich auf Festivals immer Dutzende Selfies am Tag mit Leuten gemacht habe und genauso, wie ich mich nicht mit Menschen fotografiere, die Absurd-Shirts oder Vergleichbares tragen, egal wie viel Dutzend Leute da in der Schlange stehen, man bekommt es mit. Und genauso hat auch Amthor dieses Shirt gesehen. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Bilder mache und keine Bilder gemacht habe. Ich hatte da mal so eine unangenehme Situation mit jemandem, der wollte irgendwie einen Gruß machen oder so, wollte irgendeinen Bekannten grüßen und hatte so ein Pappschild vor sich. Und ich sollte mich daneben stellen und mit dem Pappschild posieren. Und ich habe das halt konsequent abgelehnt und der hat nicht verstanden, wieso. Aber der Grund, wieso, weil du das halt so schnell editieren kannst und jeden möglichen Scheiß draufschreiben, dass es halt schon ein bisschen unangenehm wird. Ich habe dir noch mal angesagt, nee, mache ich nicht. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Du musst da halt aware sein. Du musst es wissen. Ich denke, wir haben es hier eher mit einem Zielgruppenproblem zu tun, nicht wahr, lieber Philipp? Und klar ist auch, das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist. Und natürlich ist nicht zu vernachlässigen, dass natürlich auch auf dem Hintergrund der Migration der letzten Jahre auch an dieser Stelle natürlich viele Sorgen für die jüdische Bevölkerung da sind. Und das kann ich auch verstehen. Und da muss für uns klar sein, wenn man erwartet von Migranten zu Recht, dass man sich hier an unsere Kultur hält, dann gehört es dazu auch, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat. Dazu schrieb der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte auf Twitter, ausgerechnet am Gedenktag für den bürokratisierten, industrialisierten Massenmord Nazi-Deutschlands an 6 Millionen Juden auf so eine Idee zu kommen, das zeigt das ganze Ausmaß des Problems in diesem Land. Da war doch eine wundervolle Aufnahme vom Y-Kollektiv bei einer Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2018. Oh! Ja, wenn Amthor mal wieder unter den eigenen Leuten ist, da bewegt er sich, das ist ja so zielgruppentechnisch sehr schwierig erobacht. Das ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann. Das ist ja auch keine Ölauge. Ölauge. Ha 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 ha. Im Zuge des ersten Skandals, wir werden das gleich alles aufarbeiten, trat er auch aus dem Untersuchungsausschuss zurück, der das Attentat am Berliner Breitscheidplatz untersuchen sollte. Fall Amri erinnert euch, weil da nämlich Hans-Georg Maaßen im Kreuzverhör saß. Und ich sag mal, die beiden sind auf verschiedene Art und Weise verbandelt und wie sehr sie das sind, das schauen wir uns auch gleich an. Übrigens ist Amthor im BDV und Bundesvorstand des OMV. Moment. Was macht ein Kerl? Baujahr 1992 im Bund der Vertriebenen und im Vorstand der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge. Die OMV unterstützt die CDU und CSU in ihrer Arbeit für die Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler und gibt den vertriebenen Flüchtlingen, Aussiedlern und Spätaussiedlern jegliche Unterstützung im Ring um soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Ach, Herr Amthor ist also jemand, dem das Wohl von Flüchtlingen am Herzen liegt. Das ist doch eigentlich was Schönes. Naja, also zumindest. Das war aber auch wirklich, diese Einblendung hätte man auch langsamer machen können, muss ich sagen. Kurze, konstruktive Kritik. Hier einfach ein bisschen mehr schwafeln und die ganz langsam machen die Einblendung. Ganz, ganz langsam. Soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Ach, Herr Amthor ist also jetzt, jetzt kommt sie ganz langsam, richtig langsam rein. Jemand, dem das Wohl von Flüchtlingen am Herzen liegt. Das ist doch eigentlich was Schönes. Noch langsamer, richtig langsam. Naja, also zumindest deutsche Flüchtlinge und überhaupt, ich sehe das ja, also meine Familie, ja, die sollte auch ihre Länder rein in der Bukovina und Hinterpommern zurückbekommen. Wir sollten dringend mal wieder einmarschieren, oder? Wenn es einen Das ist jetzt aber schnell eskaliert. Gäbe bei der SPD, ausgeschlossen ist, aber gäbe, der solche Kontakte in die linksextreme Szene hätte oder sich mit Leuten aus dem Bereich ablichten lässt, Gespräche führt und so weiter, was dann los wäre, dann hätte der Innenminister einen Sonderausschuss einberufen und dann würde eine Hetzkampagne auch im Teil der Medien stattfinden und dieser Abgeordnete, der wäre abgeschossen, weg, der würde wahrscheinlich sich nie wieder zeigen lassen dürfen. Ich kenne mal einen Fall, das ist übrigens die einzige Juso-Vorsitzende, egal ob es männlich oder weiblich, die sich ein bisschen... Marco Bühler immer noch parteilos im Bundestag? Ich kann mich nicht erinnern. ...denn treu geblieben ist. Meistens sind die Juso-Vorsitzenden haben ja dann Karriere gemacht und dann haben sie alle ihre Position ganz schnell über Bord geworfen, aber es gab eine... Ach stimmt, die Partei. Ah, scheiße. Franziska Drosel, gar nicht so lange her und die war Mitglied bei der Roten Hilfe und da ist eine Hetzkampagne, in Gang gezogen, als wenn sie sozusagen morgen die linksterroristische Revolution ausrufen würde und die ist dann auch beiseite geschoben worden und das ist nicht mehr ansatzweise vergleichbar mit... Hier ist übrigens eine nette Frage, also eigentlich eine ziemlich weirde Frage, aber eine nette Frage, die zur grundsätzlichen Argumentation und zum Gespräch von allgemein dieser Debatte immer wieder aufkommt in einer ähnlichen Form. Jemand fragt, was wäre denn das linke Äquivalent zu einem Holocaust-Leugner und genau das ist das, was gesucht wird ständig. Das ist genau das, was passiert, wenn man über Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus spricht, also ohne dir das jetzt vorzuwerfen, aber du hast mit dieser Frage das gemacht, was immer gemacht wird, wenn man davon spricht, wie Rechtsextremismus, wenn man über Rechtsextremismus spricht, wenn man über Rechtsextremismus spricht, was auf der anderen Seite ist. Es wird immer versucht zu relativieren, zu vergleichen, es wird immer geschaut, wenn wir das auf rechts finden, wir finden das bestimmt auch auf links. Das ist immer, das ist interessant, aber du kannst kein Äquivalent zu einer Holocaust-Leugnung finden, weil wir das nicht vergleichen, wir vergleichen das nicht. Du versuchst, das machst du einfach nicht, du dust das nicht. Mit dem, was man bei Amthor auf der anderen Seite erlebt und auf der anderen Seite wüsste ich, was für einen Sturm abgibt und bei Amthor ist das alles so, ja, der ist noch jung und wir müssen noch gucken und der kommt ja aus dieser Region und so weiter und das ist also interessant, wie vor allen Dingen so Mechanismen funktionieren. Eigentlich ist es ja schon fast PC bei ihm und das ist, das ist eigentlich so das Schlimme. PC political correct. Ich denke, es ist eigentlich auch fast egal, ob er sich völlig überschätzt und das so macht oder ob er wirklich da in diesem Sumpf total drin ist. Eigentlich ist das egal, weil auf der anderen Seite würde jemand drastisch fertig gemacht werden. Ob Amthor ein Nazi ist? Das war die Frage. Ich glaube, es ist viel schlimmer als das. Er ist nicht von irgendwas überzeugt. Er biedert sich ihn nur auf widerlichste Art und Weise an. Aus politischen Gründen, aus Karrieregründen. Ich würde Amthor unterstellen, dass er überhaupt gar keine Werte oder Ideale hat, außer sein Streben nach Macht und Reichtum. Aber ihr könnt das am Ende des Videos dann selber einschätzen. Ich wäre neben jemandem mit einem Bild von der Frau Haferbeck steht, also du kannst als Politiker nicht behaupten, dass du das nicht weißt oder verstehst, weil, also den bist das... Nein, nein, das auf keinen Fall. Der weiß das. Das versteht der auch. Nur die Frage ist, ob er sich nicht auch da total überschätzt und denkt, naja, das ist irgendwie ganz cool, dann wählen die mich auch, dann finden die mich auch cool und die binde ich schon mit ein. Also wir kennen ja diese Mentalität, Geschichtsvergleiche sind immer schwierig, aber wir kennen ja diese rechtskonservativen Leute, die immer denken, die Nazis und die Rechten, die binden wir irgendwie mit ein. Also du meinst, das ist Kalkül bei ihm sozusagen. Das könnte sein, das weiß ich eben nicht. Es könnte sein, dass er sich so gnadenlos überschätzt, dass er meint, er binde die mit ein oder hat wirklich einen Hang, der nicht nur rechtskonservativ ist, sondern wirklich in die rechtsextreme im Bereich führt. Das weiß ich nicht. Eins von beiden. Ich glaube nicht, dass der das tut. Und ich glaube, Amthor ist jemand, der absolut medieninkompetent ist, der aber immer mit Leuten zusammenarbeitet, die medienkompetent sind. Und durch dieses, durch diese unglaubliche Distanz zu diesen beiden Sachen, er hat keine Ahnung, aber er arbeitet mit Agenturen zusammen, die Ahnung haben, kommt es immer rüber, als würde er sich super clever vermarkten mit jetzt mal Schluss mit dem Schabernack. Das ist halt clevere Vermarktung. Aber gleichzeitig ist er halt vollkommen lost und bietet dann halt auch Angriffspflichte durch sowas. Und also, ohne ihn da jetzt verteidigen zu wollen, aber vielleicht ist er auch einfach nur lost. Vielleicht ist er auch medieninkompetent des Todes. Wird es sein. Thema Ideale. Amthor ist übrigens Armeos Regionalbeirat Vorpommern. Er hat da sozusagen etwas zu sagen, blöd ausgedrückt, stimmt aber, und übernimmt nach außen auch so eine gewisse Repräsentationsfunktion. Also, es muss ja auch einen Grund haben, warum er in so einem Regionalbeirat sitzt. Armeos ist eine private Klinikkette, die immer wieder für ihren miserablen Umgang mit ihren Mitarbeitern in der Kritik steht. Passend zum Thema. Und wir haben hier eine, wirklich eine der seltenen Momente und das muss was bedeuten. Ich werde jetzt die AfD und die Linken gleichzeitig zitieren, wie in der Volksstimme abgedruckt. Die AfD um ihren gesundheitspolitischen Sprecher Ulrich Siegmund kritisierte die Sachsen-Anhaltische Landesregierung scharf. Ich könnte es mit meinem Gewissen schwer vereinbaren, weiter mit Armeos zusammenzuarbeiten, sagte Siegmund. Er kritisierte zudem Armeos, dass die Gewinne des Konzerns direkt in die Schweiz flössen. Der Landesvorsitzende der Linken, Stefan Gebhardt, bezeichnete Armeos im Zuge der Entlassungen kurz vor Weihnachten als asozialen Arbeitgeber. Das ist eine Politik der Raffgier. Die Geschäftsführung kommt doch vor Lachen nicht in den Schlaf. Klar, das ist der Firmenzweig in Sachsen-Anhalt. Das ist in Vorpommern bestimmt anders. Nee. Der NDR berichtet, in Ueckermünde ist eine Einrichtung für psychisch Kranke wegen mutmaßlich unhaltbaren Zuständen in den Fokus des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommern geraten. Der Betreiber, Armeos, rechtfertigt sich inzwischen. Hier mal ein Zitat einer Mutter. Mein Sohn ist in einem desolaten Zustand. Keine körperliche Hygiene, der Ernährungszustand ist auch eine Katastrophe. Das Zimmer ist eine Müllhalde. Hygienisch bedenklich. Ich glaube, da laufen auch Maden herum und so. In Anklam das Gleiche. Der Nordkurier schreibt, wer die Gesundheitsfachmann Steffen Küh hört, erhebt schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. In Anklam würde man gar gegen geltende Gesetze verstoßen. Der private Krankenhausbetreiber Armeos Anklam wendet keinen Tarifvertrag an, zahlt schlechte Lösungen. Privatisierung. Wir suchen unser Glück in Privatisierung. Es ist nur gut, wenn es privat ist. Es ist nur gut, wenn es privat ist. Denn der Markt, der Markt, der Markt, er ist frei. Löhne missachtet, Mitbestimmungsstrukturen und Arbeitszeitgesetzgebung, sagt er. Das, mein lieber Philipp, ist in deiner Heimat. Du kannst nicht so tun, als würdest du von diesen Zuständen nichts zu wissen. Natürlich setzen die Politiker aus den Regierungsparteien in den Beirat, um Unterstützer im Parlament zu haben. Amthor billigt damit offiziell diese Zustände. Wobei er ja grundsätzlich nicht die Verantwortung bei Verantwortlichen sieht, siehe seine Aus... Ich halte es für falsch, Friedrich Merck, auf Blackrock zu reduzieren. Den kannte ich nicht. Du kannst deine, du solltest deine Steuererklärung auf einer, auf einem Bieruntersetzer machen können. Aussage zu Merz und Blackrock, worüber wir jetzt aber bitte nicht sprechen. Aber Leute, über all... Ruhe. ...eine Sache müssen wir vielleicht wirklich mal sprechen. Gerade während des Schnitts habe ich nämlich entdeckt, dass da etwas im Busch ist im Hinblick auf Améos. Und das ist gerade ganz neu raus. Es wird eine neue Klinik gebaut. Das ist ein Millionenprojekt und Amthor unterstützt das. Und wenn man die Verstrickung von Amthor und Améos betrachtet... Oka Münde? ...das sollte sich mal jemand etwas genauer anschauen, glaube ich. Also das könnte noch interessant werden. Aber er wird sich sicherlich geschmeichelt gefühlt haben, dass man ihn da berufen hat. Ja, und warum auch nicht? Ich meine, elf Jahre lang arbeitet sich Amthor unermüdlich bis in den Bundestag hinein vor. Und dann muss man einfach auch neidlos anerkennen, Philipp Amthor hat in seiner Karriere bereits einiges erreicht. Was jetzt konkret? Naja, beispielsweise ist dir der Grund, warum es ab 2022 ein Lobbyregister für Abgeordnete geben wird. Da kann man ruhig mal klatschen. Das ist doch eine gute Sache, oder? Was ist denn so ein Lobbyregister? Auf Bundestag.de findet man folgende Info. Das Gesetz sieht die Einrichtung eines öffentlichen Lobbyregisters vor. In diesem müssen sich Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter registrieren, die Kontakt zu Mitgliedern des Bundestages oder der Bundesregierung aufnehmen oder im Auftrag geben, um unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf deren Willensbildung und Entscheidungsprozesse zu nehmen. Haltet mich für altmodisch, aber ich finde es eigentlich höchst undemokratisch, dass man das bisher gar nicht hatte. Aber hey, meine Güte, es ist doch toll, weil damit ja jetzt Lobbyismus und Korruption ein Riegel vorgelegt wird, oder? Nein. Aber damit ist das doch jetzt vom Tisch. Nein. Oder, Marco? Ja, es ist ein bisschen mehr als ein zahnloser Tiger, aber die Zähne sind stumpf, die sind klein und ich glaube, was viele verwechseln, es war ja so eine Notdiskussion. Also ich kämpfe seit 15 Jahren für dieses Lobbyregister, deswegen finde ich es erstmal richtig, dass es das gibt. Ich bin auch in der SPD da häufig auf Granit getroffen, dann wurde es irgendwann beschlossen in der SPD, man hat aber immer nur halbherzig das in Verhandlungen eingebracht und als erstes abgeräumt und dann immer gesagt, oh, die böse CDU will das nicht. Wenn man es gewollt hätte, dann hätte man es durchsetzen können. Das sieht man an einem Beispiel, da redet nämlich keiner drüber, es gibt Hausausweise im Bundestag, die werden verteilt von den Fraktionen. Und da können Leute in den Bundestag reingehen mit diesem Ausweis, ohne sich jemals anzumelden. Das heißt, die können einfach da immer rein spazieren. Und irgendwann hat Abgeordnetenwatch gesagt, das gibt es doch gar nicht, ihr müsst das mal veröffentlichen, wer das ist. Und dann haben Linke und Grüne haben das dann veröffentlicht und CDU und ECS und SPD haben dagegen geklagt. Also wollten sie das nicht veröffentlichen. Dann hat aber die Klage gewonnen. Dann gab es sogar noch eine Gegenklage, wie gesagt. Aber am Ende muss das dann veröffentlicht werden. Und oh Wunder, von diesen Hausausweisen sind dann die meisten natürlich an Profitlobbyisten gegangen. Also die SPD wollte das eigentlich auch nie. Und deswegen, ich habe da zwar immer für gekämpft, das heißt, es ist ein Fortschritt, man schafft eine gewisse Transparenz, aber man muss sich natürlich nicht, man muss sich deutlich machen, dass man hat ein bisschen mehr einen Überblick. Aber die Geschäfte, die im Dunkeln getätigt werden und im Halbdunkeln, die finden sowieso nicht im Bundesland statt. Die treffen sich woanders. Die werden auch natürlich nicht in so ein Lobbyregister eingefügt. Außerdem fehlen Sachen im Lobbyregister. Also das Lobbyregister müsste auch für die Regierung gelten. Übrigens noch eine ganz kleine Erwähnung nebenbei. Transparenz sollte auch in den Landesparlamenten eine Rolle spielen. Da guckt aber niemand so richtig drauf. Also schon. Lobbyarbeit ist das über Jahre, Jahrzehnte gewachsene Krebsgeschwür, das am Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wuchert. Also wirklich. In einer, das Ausmaß, dass diese, dass das ständige Verstricken in zusätzliche Geldmittel und Nebeneinkünfte involviert sein von PolitikerInnen in jeder Fraktion und besonders in den regierenden Fraktionen hat einfach, hat einfach dafür gesorgt, dass die Leute über Jahre hinweg alles an Glauben und Vertrauen verloren haben. Wenn Politiker Politiker werden, damit die sich während der Politik für die einsetzen, die Geld haben, damit sie ganz am Ende da arbeiten können nach ihrer, nach ihrer Legislaturperiode, wo Geld ist, dann ist es halt katastrophal, ja. Deswegen gehört Lobbyarbeit nicht nur transparent aufgeschlüsselt, sondern vielmehr noch absolut verboten. Ab einer gewissen Kategorie von Politikern darf man keine, sollte man keine Nebeneinkünfte mehr haben. Und das ist hart und das wird natürlich die ganzen Rechtsanwälte mit ihren Kanzleien, Steuerberater mit ihren Kanzleien und vielleicht sogar Zahnärzten oder wer auch immer da politisch unterwegs ist, ärgern. Aber es ist nicht anders zu machen. Anders ist das Vertrauen nicht zurückzugewinnen. Wenn Leute die CDU wählen, obwohl die in einem Jahr, im letzten Jahr, massiv in Maskenaffären und Parteiverstrickungen mit Deals ohne Ausschreibung involviert wurden sind, wo einfach persönliche Freunde und auch Kontakte profitiert haben und die trotzdem gewählt werden, dann ist das das Zeichen für die Resignation der Bevölkerung im Kontext der Aussage, die durchaus alle treffen, die das dann wählen. Ja, die sind zwar scheiße, aber die kenne ich. Fast alle Bundesländer schneiden in einem erstmals erstellten Lobby-Ranking schlechter ab als der Bund. Am schlechtesten schnitten in einem Ranking mit 13 von 100% Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ab. Der Bund bekam 46% und ratet mal, wer aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ich hab's schon erwähnt, aber ratet mal. Er auch, ich meinte, Lobbyarbeit ist nicht immer schlimm. Doch, Lobbyarbeit ist immer schlimm, weil Lobbyarbeit durch die dominiert wird, die Geld, die Kapital haben. Die massiven Einflüsse von Menschen mit Kapital, das automatisch dann Macht bedeutet, ist, dass du kannst, leider müssen wir hier eine Generalisierung stattfinden lassen, aber ich erkläre auch gleich, wieso. Der Grund, warum ich hier ganz bewusst generalisiere und das konsequent mache, ist, weil Kampagnen, die durch Verbünde von Ärzten oder Charity-Organisationen oder Gemeinschaften, die Unterschriften sammeln, keinen Einfluss auf das haben, was da kritisiert wird. Das heißt, ja, korrekt, Lobbyarbeit wird auch von Leuten gemacht, die vielleicht nicht mit tausenden, aber tausenden Euros Kapital kommen. Keine Frage. Aber das bringt nichts. Denn die, die mit Kapital kommen, die, die mit Verbandelung kommen, mit wirtschaftlichem Rücken, die haben Einfluss. Nicht die Menschen, die sich mit Unterschriften einsetzen, die sich mit Unterschriften für richtige Dinge einsetzen. Hier geht es mir explizit um den Ausschluss und die Trennung von Nebeneinkünften von PolitikerInnen, die in bestimmten Bereichen unterwegs sind. Lobbyarbeit ist legale Korruption. Und das ist die Grenze des, das ist ja die Grenze des Machbaren, des Kapitalismus. Und auch das muss man anerkennen. Und wenn wir es anerkennen, müssen wir halt auch was dagegen machen. Ansonsten sind wir halt Versager. Wir sind halt sonst Versager. Wir müssen da was machen. Das kann nicht sein. Man kann sich das nicht angucken. Man kann nicht sagen, man wählt eine Partei, wenn man sich diesbezüglich trotzdem bewusst ist, dass die halt alleine im letzten Jahr, wer weiß wie viele Hunderttausend, mit irgendwelchen Maskenaffären gemacht haben. Das geht halt auch nicht. Das hat insofern was mit Kapitalismus zu tun, dass der Markt frei ist. Und die, es tut mir leid, ich habe Angst, wenn man dreimal sagt, der Markt ist frei, dann beschwört man Christian Lindner. Das hat insofern was mit Kapitalismus zu tun, dass Geld regiert, Geld dominiert, wirtschaftlicher Wachstum sagt, wo es lang geht. Aber das geht halt nicht. Und das ist die Grenze des Kapitalismus. Wir befinden uns in so einer Endstufe, meiner Wahrnehmung nach. Aber nichtsdestotrotz ist mehr Wachstum, mehr Geld in der aktuellen Version der Realität, oder sagen wir, seien wir so fair, meiner Wahrnehmung der Realität, auch immer politischer Einfluss. Und wenn mehr Macht und mehr Geld oder wenn mehr Geld mehr Macht bedeutet und das politischen Einfluss bedeutet, weil du einfach zu den Leuten hingehen kannst und sagen kannst, hier, das und das und das. Wir sind Firma, das und das, wir machen, wir wollen das und das. Dann werden über kurz oder lang, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die, die kein Geld haben und davon reich, schere, reich, arm, geht ja immer weiter auseinander, die, die kein Geld haben, außen vor gelassen. Und die, die kein Geld haben, die dann wählen gehen, fühlen sich dann verarscht. Die dann, die dann ihre Parteien wählen, die dann denken damit, dass sie damit was bewegen, haben das dann halt nicht mehr. Und die verlieren sich dann in extremistischen Positionen. Und das ist ein sehr komplex, also, ich glaube, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, könnte ich das komplexer auseinanderdröseln. Das ist jetzt einfach nur aus dem FF auf Basis der Inspiration dieses Videos. Deswegen wäre es schön, wenn wir anerkennen würden, dass das aktuelle System Nährboden für solche legale Korruption, habe ich gerade gesagt, bietet. und wir anerkennen würden, dass das zwar existiert, dass das System nicht abgeschafft werden muss, denn das muss es nicht, sondern, dass wir an den richtigen Positionen, an den richtigen Positionen die richtigen Entscheidungen treffen, damit es besser wird. Aber vielleicht ist das auch naiv, denn fragen wir da die Frösche, wie deren Tümpel aussehen soll? Weiß ich nicht. Verdammt, den Witz wollte ich später bringen. Egal, jetzt ist er raus. Seid ihr noch bei mir? Denn das war alles ja jetzt nur das Intro. Wir sind jetzt mit dem Intro fertig. Jetzt, meine lieben Freunde, geht's richtig los. Habt ihr schon mal von Augustus Intelligence gehört? Klingt ja erstmal großartig. Augustus, Kaiser Augustus, intelligent, muss ja eine krasse Firma sein. Auf jeden Fall ist zumindest die Story darum krass. Das wird jetzt verdammt viel. Ich versuche es einfach zu halten und kurz zu erklären. Die Quellen dazu, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung. Es ist grundsätzlich erlaubt, dass sich Abgeordnete für die Interessen von Unternehmen einsetzen. Das sei erstmal im Vorfeld gesagt. Problematisch wird es aber jedoch, wenn sie davon profitieren. Amthor hatte bei Augustus eine Art Aufsichtsratposten inne. Diese Nebentätigkeit hat er als Abgeordneter auch offiziell beim Bundestag angegeben. Soweit so richtig. Was das bedeutet, kam aber erst später heraus. Amthor profitierte nämlich von einer Lücke in den Verhaltensregeln. Er ist ja auch Jurist. Also nicht ganz richtig, weil er hat ja nur ein Staatsexamen. Aber er ist ja auch irgendeine. Während Abgeordnete, die sich nebenbei etwas verdienen, dies ab einer gewissen Grenze veröffentlichen müssen, bleibt der Besitz von Aktienoptionen, also der Möglichkeit, später zu einem vereinbarten Tarif etwas einzukaufen an Aktienpaketen, das bleibt geheim. Die Öffentlichkeit erfuhr dadurch nichts von Amthors Wertpapieren, obwohl der Verdacht im Raum steht, dass die Optionen eine Belohnung für seine Lobbyarbeit waren. Das mal in Kürze zusammengefasst. Klingt jetzt erstmal so, ja man überliest das dann irgendwie in der Zeitung, ist ja voll uninteressant, ist es aber nicht, glaubt mir. 2018 kam Wolfgang Haupt, Gründer von Augustus Intelligence, auf Amthor zu. Intern sagte Haupt damals, Amthor, der wird gut für uns sein. Haupt weiß, wie man sich vermarktet. Gegenüber Investoren gibt er an, die nicht Regierungsorganisationen Stop Thirst aufgebaut zu haben. Die Flüchtlinge etwa in Syrien mit sauberem Trinkwasser versorgte. Sogar UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wirbt auf der Webseite für Spenden, beziehungsweise warb, denn der Sprecher von Guterres ließ nach der Anfrage von Spiegel genau das entfernen. Laut Insidern schrieb Guterres den Brief nämlich, bevor er im Amt war. Naja, aber es wirkt ja erstmal schön. Der Fake, der begleitete Haupt schon etwas länger. Im September 2018 kam dann eine Augustus-Delegation zu Besuch nach Berlin. Dort gab es eine Expertenrunde, an der irgendwie auch aus irgendwelchen Gründen Verkehrsminister Scheuer, keine Ahnung, als Experte für Steuerverschwendung oder so teilnehmen durfte. Mit dabei waren jedenfalls auch Vertreter namhafter. Ich bin perfekt zurück für den Andi-Scheuer-Schuss. Geil. Branchengrößen wie BMW, Bosch, die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom und so weiter und so fort. Lustig, dass T-Online versuchte mittels des Informationsfreiheitsgesetzes dann herauszufinden, wie es zu diesem Treffen kam. Wer das am Ende des Tages eingerührt hat, aber leider, leider lief das alles über WhatsApp und schade aber auch, das unterliegt dem Gesetz gar nicht. Also können wir uns eigentlich sicher sein, dass die meisten tendenziösen Gespräche sowieso nicht von uns blöden Bürgern überprüft werden können. Geht uns ja auch nichts an, was unsere Angestellten so treiben. Und um einen Brief ging es dann nämlich auch. Ein Brief an Wirtschaftsminister Altmaier. Bei Augustus sorgte natürlich dieser geplante Brief für Begeisterung. Ja, so ein geiler Typ schrieb mit Begründer Pascal Weinberger. Wir müssen uns echt bei ihm bedanken. Dann ging der Brief an Peter Altmaier raus, der sehr überschwänglich die Invest-Chance lobte. Amthor hatte den Minister bereits einige Tage zuvor am Rande einer Fraktionssitzung abgepasst und auf das Unternehmen angesprochen, wie er im Brief an Altmaier erwähnte. Also die Bundesregierung sollte da doch unbedingt tätig werden. Nun wollte er den Minister mit Augustus, Gründer Wolfgang Haupt, dann zusammenbringen, um über die Errichtung einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu sprechen. Erinnert uns das irgendwie an das Treffen mit Scheuer? Also ich frage mich ja, wer das eingerichtet hat. Allerdings gab es da ein Problem, ne? Ach, die hohen Strompreise in Deutschland. Amthor hat seinem Lobby-Schreiben glücklicherweise mehrere Anlagen beigefügt, unter anderem dem Brief eines möglichen Geschäftspartners, der ebenfalls Interesse an niedrigen Stromkosten hat, der Energiekonzern Wattenfall, dessen Name ist, wie viele andere Textstellen in Amthors Brief, ihr seht ihn selbst, zwar geschwärzt, doch er lässt sich aus Gerichtsakten rekonstruieren, glücklicherweise. Wieso sind eigentlich so viele Dinge geschwärzt in solchen Akten? Bestimmt nur zum Wohle des Volkes. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht wurde dann eine Klage von Augustus Intelligence gegen das Wirtschaftsministerium angehängt. Auf diesem Wege will jetzt nämlich der US-Konzern verhindern oder wollte verhindern, dass das Wirtschaftsministerium einige Stellen aus dem Amthors schreiben, in ungeschwärzter Form an Frag den Staat und andere herausgibt. Kann doch nicht sein. Müssen wir verbieten. Im Mai 2019 wurde Amthor dann ins Board of Directors berufen, natürlich nur so, weil er nämlich ein Profi ist mit cooler Visitenkarte inklusive. New York, Corsica, St. Moritz, schön Party mit Hans-Georg machen. Das war übrigens damals, als AKK, ihr kennt sie noch, im Sommer 2019 über dessen Parteiausschluss sprach. Timing, naja. Amthor gehörte ja auch grundsätzlich zu jenen, Alter, das Maaßen einfach immer noch nicht, dass der immer noch nicht, dass man muss sich ganz, also muss man, Hans-Georg, ne, du dumme Sau, dass sich Armin Laschet noch nicht klar von ihm distanziert hat, spricht so viele Bände, Alter, es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich, dass da noch nicht gesagt wurde, Alter, der ist uns auch in der CDU zu rechts. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass auch. Die ihn verteidigten, ja, auch bei Debatten im Bundestag. Wir erinnern uns hier an die Frage von vorhin zur politischen Gesinnung. Hans-Georg Maaßen ist ein Spitzenjurist, seit Jahrzehnten Mitglied der CDU und er hat in seiner Arbeit engagiert gekämpft gegen Extremismus, auch gegen Rechtsextremismus, gegen Einflüsse aus dem Ausland und für unsere Verfassung. Was kostete dieser Jet-Set-Lifestyle und wer bezahlte für Amthors Spesen? Außer wir, die wir ihn ja permanent bezahlen. Auch wenn er viel auf Social Media präsent ist, davon, von diesem ganzen Glamour, was ja eigentlich immer ganz gut funktioniert auf Instagram, hat kein Follower etwas gesehen. Amthor ist nämlich geschickt, alles verschwinden zu lassen, was ihm nicht ins Bild passt. Ich erinnere an seinen Vater, von dem man nichts weiß und nichts rausfinden kann. Wir haben jetzt viel über Amthor gesprochen und über den Herrn Haupt, aber was ist jetzt eigentlich Augustus? Was ist das für eine Frage? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Zuerst ist nämlich mal fraglich, ob die Firma überhaupt existiert. Wie? Was? Das steht zur Debatte. Ja, 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 ja. Genau. Darüber lieferte sich nämlich die Firma einen Rechtsstreit mit zwei ehemaligen Managern. Die Klageschrift liegt der Zeit vor. Die beiden Ex-Angestellten behaupten, man habe sie damit gelockt, dass die Firma über üppige Investorengelder sowie allerneueste Technologie verfüge. Tatsächlich sei das Investorenkapital nicht vorhanden gewesen. ebenso wenig Produkte, Kunden oder Umsatz, heißt es in der Klage. Nur leider ist der Bayer nichts rausgekommen. Ja, weil die beiden Parteien eine gütliche Einigung suchen. Aber mal ganz ehrlich. Was? Es steht zur Debatte, ob das Unternehmen überhaupt existiert? Der Experte Amthor im Board of Directors führt für seine wirtschaftliche Vision. Der wird doch nicht aus völliger wirtschaftlicher und politischer Unfähigkeit eine Firma in die deutsche Regierung geschleust haben, die nicht das ist, was sie zu sein vorgibt. Nein. Nein. Doch nicht Philipp. Huch! Was ist denn das? Ich glaube, ich habe da gerade einen Kaninchenbau entdeckt. Wollen wir mal vorbehaltlos hineinfallen? Oh Gott, nein. Einmal den Kopfsprung. Der Fall Amthor ist nämlich ein wundervoller Anlass, sich mal ganz genau anzuschauen, wer mit wem eigentlich so unter einer Decke steckt. Oh nein. Ist das, ist das, ist das, war das, war, war das der Gutenberg? Wo welche Gelder hinfließen? Also ganz oberflächlich. Denn es sind nie Einzelfälle. Ja, auch wenn das das Lieblingswort der CDU zu sein scheint. Und da kommt auch schon der erste Einzelfall. Kennt ihr den noch? Dieser Mann, der so viele Vornamen hat, wie er mit Wassern gewaschen ist? Nachdem die Plagiatsaffäre damals seine Aussichten auf das Kanzleramt verhagelt hat, erstaunlich eigentlich, dass Plagiater irgendwie schwerer wiegen als Korruption in Deutschland, ist er in der Beratungsszene aktiv. Was macht der denn hier? Tja, Gutenberg hat nämlich seine Finger hier im Spiel. Doch nicht Karl Theodor! Doch. Gutenberg sei eine Art Mentor für Amthor. Mentor für Amthor. Das ist in Berliner Kreise. Und auch Gutenberg hat mit Augustus angebändelt. Der Philipp, der Karl Theodor und der Augustus. Junge, Junge, Junge. Gutenberg berichtet zum Beispiel Deutsche Threesome, Alter. Zum Beispiel dem ehemaligen britischen Außenminister David Miliband von Augustus. In einem Chat schrieb er, Miliband sei ein langjähriger Freund und wolle gerne bei Augustus mitmachen. Der Brite habe zwar keine Ahnung von Tech, aber ein großartiges Netzwerk. Gut, dass Gutenberg scheinbar selber keine Ahnung von Technik und der Firma trotzdem hofiert. Aber Moment, wenn wir schon gerade das Schlaglicht auf Gutenberg richten, warum nicht noch das Vergrößerungsglas zur Hilfe nehmen. Gutenberg hat ein Unternehmen. Spitzberg Partners. Cooler Name. Das soll für die Amis vertrauenswürdig klingen. Das kommt nicht von mir übrigens, sondern das ist eine Aussage von Gutenbergs Partner, der solche peinlichen Aussagen tatsächlich der Presse kundtut. Herrje, der braucht, glaube ich, mal ein bisschen Beratung in Öffentlichkeitsarbeit. Mittlerweile ist die Geschäftsanschrift One World Trade Center in New York. Kennt ihr, da stand vorher was anderes. Aber das bedeutet in dieser Welt nicht unbedingt, dass es wirklich ihr Büro ist mit wirklichen Angestellten. Solche Praktiken habe ich schon mal mit eigenen Augen gesehen, selbst erlebt. Spannend, spannend, wenn man so aus der ostdeutschen Provinz irgendwo anders hingeht und dann feststellt, dass diese Welt doch anders funktioniert, als man gedacht hat. Die Morgenpost hat einmal nach der Berliner Niederlassung gesucht und sich nach den Adressen der weiteren Büros erkundigt, weil die eben nirgendwo zu finden waren. Und das Ergebnis, Post vom Spitzberg-Anwalt. Das muss doch nicht sein, Karl Theodor, also bitte. Ich habe vor diesem Video übrigens noch mal meine Rechtsschutzversicherung gecheckt. Die Advokat. Nur für den Fall, dass ich vorbereitet bin. Das mittlerweile pleitegegangene Startup Cookies wollte die Firma als Investor hinzuholen, aber konnte weder ein Due Diligence-Verfahren durchführen, noch überhaupt einen Kontakt zu Guttenberg selbst herstellen, mit dem eigentlich alles beworben wird. Er war einfach nicht erreichbar. Ja, ich meine, er hat ja auch immer deutlich machen wollen, er sei gar kein Lobbyist. Aber in einem internen Dokument heißt es, seine Aufgabe sei die Etablierung der erforderlichen politischen Unterstützung in Deutschland. Was ja eigentlich ein Lobbyist macht, oder? Wieso reite ich jetzt darauf rum? Ihr werdet euch denken, wie kommt der jetzt hier rein? Was soll das eigentlich? Da war doch letztes Mal was mit so einer kleinen, unbedeutenden Firma, so ein winziger Skandal. Wie hieß das noch? Ja, Wirecard. Oh Gott, Wirecard hat von Guttenberg auch Wirecard-Empfehlungen rausgeballert. Ich glaube, der hat auch, der hat das immer wieder Angela Merkel vorgeschlagen. Der hat versucht, der hat versucht, Angela Merkel immer wieder darauf hinzuweisen, was Wirecard für eine geile Sache ist. Er hat Wirecard direkten Zugang zur Bundesregierung verschafft. Ey, wenn man Kumpels... Darin bedankt er sich für die, liebe Arme, für das gute Gespräch heute. Eine Freude und so gute Dinge zu sehen. Weiter schreibe hier die Adressen. Macht man das schon mal? In der Broschüre für Wirecard stand, also die Broschüre, die Spitzberg an Wirecard gegeben hat, Spitzberg ist in der Lage, Wirecard mit Medienjournalisten, Meinungsführern in den Zielländern zu verbinden. Besonders verdächtig, Guttenberg übte öffentlich Kritik an Leerverkäufen, also wollte spekulieren auf Kursabstürze verbieten lassen. Im Hinblick auf Wirecard höchst verdächtiger Move, so zwei Monate vor der Insolvenz der Firma, also Karl Theodor. Und die ganze Aktion war von langer Hand geplant, denn wie Finanzwende berichtet, das hat Wirecard ein paar Tage vor Guttenbergs Plädoyer ein Aktionsplan Leerverkäufe von einer anderen Agentur vorgelegt bekommen, in dem stand Gastbeitrag, FAZ oder die Welt mit eben dem Inhalt. Er war aber auch Market Entry Advisor für Wirecards Pläne nach China zu expandieren und in dieser Position veranlasste er ein Gespräch auf höchster Ebene auf Angela Merkels China-Reise. Guttenberg selbst sagt natürlich, er hat den Kontakt gar nicht so wirklich geplant, warum auch, schließlich hat er ja auch persönlich überhaupt nichts davon. Also außer den 1,6 Millionen, die er durch die Übernahme des chinesischen Zahlungsabwicklers Allscore Payments für seine Firma eingenommen hätte und die 1% auf den Majority Purchase Price für die erfolgreiche Umsetzung von Wirecards geplanten historischen Markteintritt, welche Gutenberg für angemessen hielt. Ja, aber ansonsten, also ganz, also, die Firma aber er persönlich doch überhaupt nicht. Karl Theodor, den erfolgsabhängigen Betrag sollte Spitzberg für seine erfolgreiche seit Monaten hochkomplexe politisch-regulatorische Begleitung erhalten. Wenn man so ein großer Fisch ist, das war jetzt sehr viel gleichzeitig, zusammengefasst kann man sagen, Gutenberg hat auch bei Wirecard seine Finger im Spiel gehabt und hat gut abkassiert für Kontakte bis hin zu Angela Merkel. Und wenn ihr den Podcast Wirecard 1,9 Milliarden Lügen hört, werdet ihr auch heraushören, dass das laut interner Quellen der Bundesregierung gar nicht so gut angekommen ist auf lange Frist, dass Angela Merkel wohl sehr genervt war und dass sie ihm da das auch etwas übel nahm. Hat man da doch aber zumindest klare Verhältnisse dem Volk gegenüber geschaffen, oder? Ich meine, da bricht einem doch auch kein Zacken aus der Krone und es würde doch helfen, dass man da nicht unlauteren Wettbewerb vermutet, oder? Nö. Weder ist die Firma im Lobbyregister zu finden, noch gibt es Hausausweise, etc., etc. Nichts. Übrigens stehen allen Finanzlobbyisten, wo Karl Theodor nur ein kleines Licht ist, haltet euch fest, viele Nullen, 200 Millionen Euro pro Jahr für ihre Arbeit zur Verfügung. Die Fraktionen im Bundestag haben 120 Millionen zur Verfügung. Let that sink in. Es kommt hin, ich kenne jetzt die Zahlen nicht direkt, ich kenne ungefähr die Zahlen, das Verhältnis von Lobbyisten zu Abgeordneten und Mitarbeitern, was auch in diesem Rahmen ist und ich kenne ungefähr, also ich würde mal schätzen, 90 Prozent der Lobbyisten, die wirklich aktiv sind und vor Ort sind, sind Profitlobbyisten, also arbeiten für einen Konzern oder indirekt dann für ein Unternehmen oder eine Vereinigung, denen es vor allem um Profit geht und nicht, weil sie sozusagen die Umwelt retten wollen, irgendwie was, die Pflege retten wollen, also die sich sozusagen für ein Gemeinwohlinteresse einsetzen. Also generell kann man natürlich sagen, man muss sich auch das anhören, was Konzerne sagen, das ist völlig in Ordnung, aber natürlich muss ich immer wissen, die wollen vor allen Dingen Profit und Profit heißt auch nicht in erster Linie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für sich selbst, sondern natürlich für ihre Aktionäre, das muss man einfach wissen. Aber hey, das Thema Lobbyismus, ey, was für ein blödes und langweiliges Thema und überhaupt, wir sollten uns von so alten Begriffen wie Lobbyisten trennen. Zu Guttenberg ist kein Lobbyist, Karl Theodor ist Influencer in der deutschen Politik, klingt viel besser, ist auch viel moderner und ist sowieso. Dieser Influencer jedenfalls hat seine Hände auch im Causa Augustus Intelligence. Augustus, Entschuldigung, Augustus Intelligence. Also zurück zur Augustus Intelligence und damit auch zum lieben Philipp, keine Sorge, wir sind noch nicht fertig mit dir. Philipp war nebenbei so gefragt, ist die Arbeit, die du da geleistet hast, nicht möglicherweise ein bisschen zu umfangreich neben deinem richtigen Vollzeitjob, für den wir dich bezahlen? Oh Gott. Es handelt sich dabei um eine nicht exekutive Funktion, mit der sich kein regelmäßiger Arbeitsaufwand verbindet, ließ er über sein Bundestagsbüro ausrichten. Denkste. Um den Spiegel zu zitieren, ich finde das so großartig, dass das immer alles rauskommt, Amthor zeigte sich engagiert. Lasst uns gern regelmäßig telefonieren, dass ich noch ein bisschen mehr an der Produktentwicklung teilhaben kann, schrieb er an einen Mitarbeiter. Zu seiner früheren Behauptung gegenüber dem Spiegel, dass die Tätigkeit bei Augustus mit keinem regelmäßigen Arbeitsaufwand verbunden war, passt diese Bitte er nicht. Er und Guttenberg waren quasi Arbeitskollegen. Der war nämlich President in Charge of General Affairs bei Augustus, ein Titel von maximaler Unklarheit. Aber seine Kontakte scheinen nützlich gewesen zu sein, denn Guttenberg sprach zum Beispiel August Hanning an. Mir war gar nicht klar, dass Guttenberg da so intensiv mit drin hing. So krass. Den früheren Chef des Bundesnachrichtendienstes und ehemaligen Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Der wiederum soll die Firma beraten. Genau wie übrigens Hans-Georg Maaßen. Er sei aber gar nicht tätig bisher und hatte auch noch gar keine Kontakte vermittelt und trotzdem habe er wie Amthor eben Aktienoptionen bekommen. Mehr sogar als Amthor. Hanning habe Maaßen einmal am Rande einer Jagd getroffen. Da sei es auch kurz um Augustus gegangen, aber nicht vertiefend. Bin ich eigentlich der Einzige, der es gruselig findet, dass Männer wie Hanning und Maaßen mal ebenso zu Anteilhabern von Firmen gemacht werden, nur und nur, weil sie ein Netzwerk in die Politik haben? Hanning hat selber gesagt, dass er noch nicht einmal aktiv war. Und Politiker, die zusammen jagen gehen und dort Politik machen. Ey, ganz ehrlich, ich dachte gar nicht, dass wir noch in den Zeiten von Downton Abbey leben, aber wenn ich irgendwas gelernt habe, meine lieben Freunde, in den letzten Wochen dann, dass das ein Irrtum war. Ta, ja. Halt, 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 wir sind noch nicht mit Maaßen und Hanning fertig. Ich habe doch gesagt, wir sind gerade in einem Kaninchenbau, wir müssen auch noch ein bisschen weiter klettern. Um den Stern zu zitieren, August Hanning, der war ja als... Alter, jetzt ist aber hier vollkommen Kontrollverlust, ne? Also er hat ja mit dem CDU-Kram schon gesagt, jetzt wird gefickt und Laschet auch, ne? Der letzte Video hat ja schon gesagt, boah, jetzt halte ich richtig rein. Ich hätte nicht gedacht, dass er da noch so viel, also dass er noch so viel Saft im Körper hat. Alter Schwede, meine Fresse, ey. Ach du meine Güte. Chef des Bundesnachrichtendienstes jahrelang der Herr über die deutschen Spionen im Ausland, Hans-Georg Maaßen, für das Bundesamt für Verfassungsschutz und damit den Inlandsgeheimdienst. Wir haben ja also geballte Spionage-Power. Was beide bis heute verbindet, ist eine, vorsichtig gesagt, konservative Grundhaltung. Hanning unterstützte Maaßen zum Beispiel öffentlich für folgende Äußerungen. Es gab keine Hetzjagd in Chemnitz, wer das Gegenteil sagt, sagt die Unwahrheit. Und jetzt, Klipp. Damit hat er damals Angela Merkel direkt der Lüge bezichtigt, die das Wort nämlich in den Raum stellte. Seite an Seite übrigens mit der AfD. Also Maaßen auf Seite. Der AfD. Für den Verfassungsschutz ist Maaßen zu extrem. Schatzi, komm her jetzt. Nicht wieder die Ausländer jagen jetzt. Komm her. Na klar. Aber nicht für das In... Was soll mal einer sagen? Die Ostdeutschen sind in den Medien unterrepräsentiert. Ehrlich. ...ministerium. Auf Anfrage von Hans-Georg... Maaßen hat ja nämlich mal... Du bleibst hier, Hase. Hier bin ein Einbürgerungsthema für Augustus Intelli... Ach ja. ...Pretions angeleiert im Innenministerium. Überhaupt gar keinen Einfluss, überhaupt gar keine Leistung, die man da erbracht hat. Beide mimen nach außen, die moralisch unfehlbaren, sittlich überlegenen, wie Amthor ja auch. Da nehmen die sich ja nichts. Und Maaßen gilt derweil als die Galleonsfigur der Werteunion. Die Werteunion. Ach du Scheiße. Da muss ich wieder an den... Da muss ich wieder an dieses Bild denken mit Heiko Schrang und dem Chef der Werteunion. Wer ist... Wer ist das denn jetzt schon wieder? Die Werteunion ist in der Union umstritten, weil ihre Haltung zur AfD und deren Position als unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in der Union erachtet wird. Sie wollen eine ultrakonservative Rückbesinnung der Partei. Ja, der CDU ist auch viel zu links, finde ich. Es ist ja... Es ist ja nicht nur Amthor, das ist das ja. Es gibt ja in der Union viel mehr. Und für die war ja Merkel und ein bestimmter Teil der Union ganz schlimm. Und die sehnen... Genau, Max Otte. Ob der das auch nicht wusste, neben wem er da steht? ...sich ja eher nach sehr starken rechten Positionen. Und da ist ja alles irgendwie möglich. Derzeitiger Bundesvorsitzender ist seit Mai 21 übrigens der Ökonom Max Otte, der zwei Jahre zuvor für die Verharmlosung des Mordes an Walter Lübcke aus der CDU ausgeschlossen werden sollte. Oh mein fucking Gott, I remember. Ich hab grad... Uff. ...Harmlosung des Mordes an Walter Lübcke aus der CDU ausgeschlossen werden sollte. Was für eine nette Bande, oder? Und diese Tugendsamen hängen gemeinsam in folgender Firma. Der System... Ich möchte ganz kurz ein... Ich weiß nicht, ob es zu finden ist, deswegen würde ich... 360 Deutschland GmbH. Sorry. Ähm... Ich möchte ein Bild... Ich möchte ein Bild hinzufügen. Äh... Also wenn ihr das seht und schwierig findet, dann müsst ihr auch das sehen. Äh... Das hier... Das hier... Und das hier... ...vor für die Verharmlosung des Mordes an Walter Lübcke aus der CDU ausgeschlossen werden sollte. Was für eine nette Bande, oder? Und diese Tugendsamen... Wer ist das links? Das ist der Antisemit Heiko Schrank. ...hängen gemeinsam in folgender Firma. Der System 360 Deutschland GmbH. Und für zahlende Kunden bieten sie diskrete Ermittlungen und präventive Schutzpakete gegen allerlei echte oder vermeintliche Gefahren an. Mutter Firma ist die Pluteos AG, der die System 360 zu über 50% gehört. Hanning füllt bei der Firmengruppe gleich zwei Führungsfunktionen aus als Mitglied der Geschäftsleitung der System 360 und als Präsident der Mutter Firma Pluteos AG, die beide laut offizieller Adresse in Luzern residieren. Auf der Startseite der Firma, da steht bereits im zweiten Absatz etwas mit interessanter Klarheit. Es geht um Verhinderung von Whistleblowing und anderweitige firmeninterne Vergehen oder das Aufdecken von Wirtschaftskriminalität. Beispielsweise durch Nutzung von forensischen Mitarbeitergesprächen und anderen gruseligen Dingen. Und, meine Lieben, es ist klar, für welches Klientel man hier streitet, nämlich für sich selbst und gegen Leute, die einen verraten könnten. Es wäre, es wäre schon fast ein bisschen niedlich, wenn es nicht so fucking ekelerregend wäre. Und ihr merkt, ich werde so langsam ein bisschen warm, ne, und ein bisschen ange... Ja, wird schon ein bisschen salzig jetzt hier, aber ich finde das auch gut, ich finde das auch gut. Ähm, Alex, ich wirklich, ich finde das ausgezeichnet. Wir sind angeekelt und, ähm, das... Wir haben ja noch ein bisschen Video, ne? Ruft man bei Pluteus an, landet man per Rufumleitung bei System 360 und da geht auch keiner ran. Generell ist da auch eher selten jemand im Büro. Also, ob es diese Firmen in der Form tatsächlich gibt. Hm. Der offizielle Sitz in der Schweiz bringt es zugleich mit sich, dass die Pluteus, die über 50% der Anteile an... Warum denn immer die Schweiz? Hä? ...System 360 in Deutschland hält, nicht offen zu legen braucht, wer ihre Aktionäre sind. Na, also so ein typischer, wir verstecken einfach mal alles. Nach dem deutschen Gesetz zur Geldwäschebekämpfung müsste die hiesige Tochter die Identität von wirtschaftlich Berechtigten und damit die Namen größerer Aktionäre hinter der Pluteus aber sehr wohl öffentlich machen. Machen sie aber nicht. Tja. Es ist völlig unverständlich, dass es immer noch Fälle gibt, bei denen einfach gar nichts eingetragen wird, kritisiert auch die Geldwäsche-Expertin der Grünen, Lisa Taus. Die Übergangsfristen waren für alle Beteiligten lang genug. Versteckt man da etwa absichtlich etwas? Pfff, seid doch mal nicht so fies. Als ob diese tugendhaften Männer so einen Schabernack mitmachen würden. Also, klar, es sind auch ein paar Leute der umstrittenen Sicherheitsfirma Prevent AG mit an Bord, die damals plötzlich insolvent war, als herauskam, dass ein Prevent-Mann als Ermittler beteiligt war, als auf dem Rechner eines Managers der Norddeutschen Landesbank HSH Spuren von Kinderpornografie Material gefunden wurden, das, wie der Stern damals vermutete, dem Manager untergeschoben wurde von irgendjemandem. Aber Bruder! Aber hey, wir sind ja nicht in Hollywood oder bei House of Cards. Beruhigt euch doch mal. Wie viel House of Cards steckt in der deutschen Politik? Also, wenn man sich... Oh, scheiße, viel zu viel anscheinend. Ich glaube, das House of Cards schon längst überholt wurde von der Realität. Bei Prevent im Vorstand saß Thorsten Mehles, ein ehemaliger LKA- und BND-Bediensteter, der heute bei Pluteus im Verwaltungsrat wirkt. Bei Prevent war auch bereits August Hanning mit im Spiel, wenn auch nur als Berater. Sowohl System 360 wie Hanning selbst versichern, aber das System 360 keine Nachfolgefirma von Prevent ist. Maaßen berät übrigens nur die Pluteus AG. Ja, dagegen bin ich nicht Berater der System 360 Deutschland GmbH, der System 360 Holding GmbH oder der System 360 AG, schrieb er auf Anfrage des Sternen. Ich bin auch nicht Mitarbeiter oder Anteilseigner dieser Firmen. Das ist so ein bisschen, um das jetzt mal zu vergleichen, als würde ein Brandstifter sagen, ich bin schuld, dass der Wald niedergebrannt ist, aber nicht die Bäume und die Tiere da drin. Aber manchmal darf er dann auch die Büros von System 360 in Berlin nutzen. Hä? In diesen Räumen traf sich Maaßen wohl auch Ende Mai 2019 mit dem rechtslastigen Journalisten Matthias Matusek, wie beispielsweise Der Stern schreibt. Matusek schreibt übrigens solche Sachen hier. Ja, ach Mensch, das ist ein wundervoller Freundeskreis. Der Stern vermutet zudem, dass die Firma unter dem Einflutzen des russischen Milliardärs Valentin Bugtujarov steht, was man ja aber glücklicherweise nicht herausfinden kann. Und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die fragliche Seriosität dieser wirtschaftlichen Beziehung da eingehen oder mich potenziell mit einem russischen Milliardär anlegen. Ich denke, der Punkt ist klar. Zurück! Seid ihr schon verwirrt oder eingeschlafen? Es geht ja jetzt hier um die Beziehung, die Männer hinter am Tor, die Leute, mit denen er sich abgibt. Das ist ganz wichtig. Auch im Zusammenhang mit der Augustus Intelligence Affäre und da kommt noch eine schillernde Persönlichkeit dazu. August-Francois Baron von Fick. Spross, einer der reichsten deutschen Familien, wie die Zeit schreibt. Was will ich? Ja, der Gründungs-, der Finanzier der AfD. Was will ich denn jetzt mit Baronen? Moment. Wir kriegen gleich die Kurve. Es wird lustig. Sein Urgroßvater gründete unter anderem die Allianz-Versicherungsgesellschaft. Der Familie gehören übrigens 14 Hotels in Deutschland und über die Substantia AG habe er 1,1 Millionen an die FDP gespendet. Entschuldigung. Erinnert sich damals, als sie mit Westerwelle tatsächlich in der Regierung waren. Da kam es kurz darauf zur Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtungen. Der freie Markt. Das ging als die sogenannte Mövenpick-Affäre in die Geschichte ein, weil das sind die Mövenpick-Hotels, die Fink quasi gehören. Aber auch die CSU habe sich damals dafür stark gemacht. Und nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung steckte die Milliardärsfamilie von Fink auch hinter zwei Großspenden kurz vor der Bayerischen Landtagswahl 2008. Die CSU erhielt eine Spende über 430.000 Euro und eine zweite über 390.000 Euro. Wie offensichtlich kann Bestechung eigentlich sein, ohne dass es irgendjemand Könnt ihr mir schon mal einen Gefallen tun und ordentlich Likes und Kommentare auf dieses Video pumpen, damit es im Algorithmus potenziell in den Trends landet. Ihr wisst, was der Algorithmus sehr mag, nämlich Kommentare und Likes. Deswegen geht doch schon mal rein, während wir das hier zu Ende genießen und schreibt ein paar Kommentare rein. Sagt, dass es euch gefällt oder eben wie ihr das findet. Allgemein, ich will natürlich nicht suggerieren, wie ihr das findet, aber schreibt gefälligst rein, dass das 5 Sterne Videos sind, 5 von 5 möglichen Sternen und dass das geil ist und alles andere. Es muss halt schon, es muss halt schon, es muss der Algorithmus schon beachtet werden. Fink investierte laut Spiegel 11,2 Millionen Euro in Augustus. Ja, meine Lieben, man kann Menschen an ihrem Umfeld bewerten und dabei rede ich nicht von solchen Kinkerlitzchen wie Neonazis auf Bildern. Deswegen habe ich damit auch angefangen, weil das im Vergleich zu dem, was hier eigentlich passiert, nichtig ist. Wenn man mit einem Menschen wie Maaßen ganz offiziell befreundet, nicht immer befreundet, sondern wirtschaftlich verbandelt ist, mit all diesen Menschen. Das war am Ende übrigens auch der Grund, warum sich Amthorst aus dem Untersuchungsausschuss im Fall Amri zurückzog. Eine kritische Auseinandersetzung mit Maaßen als Kernzeugen wäre für Amthor bei seinem, naja, bei seinen Beziehungen zu ihm offenkundig nicht möglich gewesen. Und wer weiß, was da noch rausgekommen wäre. By the way hat sich herausgestellt, wir brauchen ja noch ein Ende für diese Causa, dass alle von der Firma getäuscht wurden. Oder die Firma noch was ganz anderes im Hintergrund hat laufen lassen, worüber ich überhaupt nicht nachdenken will. Ein Gericht in Delaware hat ein Insolvenzverfahren über das deutsch-amerikanische Start-up-Unternehmen eröffnet. Und von denen seit 2019 mehr als 100 Millionen US-Dollarn an eingeworbenen Investitionen seien nur noch 2,1 Millionen an ungesicherten Schulden übrig. Transparency Deutschland beschreibt Amthors Verhalten, das jene Lobbyismusaffäre auslöste, im Juni 2020 als politisch fragwürdig. Es erwecke den Eindruck der Käuflichkeit. Zudem stelle sich die Frage, ob das Fehlverhalten unter dem Gesichtspunkt der Mandatsträgerbestechung auch strafrechtlich relevant sein könnte. Dem Verdacht auf Käuflichkeit schloss sich auch die Organisation Lobby Control an. Ja, also nachdem eine Strafanzeige wegen Bestelligkeit eines Mandatsträgers und Annahme geldwerter Zuwendungen gegen Amthor bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin eingegangen war, teilte diese jedoch im Juni 2020 mit, dass sich aus ihrer Prüfung kein Anfangsverdacht ergeben habe und deshalb das Verfahren ohne Ermittlung eingestellt wurde. Auch der Bundestag stellte das Prüfverfahren im August 2020 ein, da keinerlei Hinweise auf Rechtsverstöße erkannt wurden. Also, mal abgesehen von den ganzen Hinweisen, die ihr hier gerade gehört habt, aber ich bin ja auch kein Jurist. Da reicht ja gesunder Menschenverstand auch nicht aus. Da müsste, also im härtesten Fall, müsste da schon direkt Geld geflossen sein. Ach, es ist Geld geflossen? Amthor ist ja kein Volljurist und hat daher keine Befugnis zur selbstständigen Mandantenvertretung. Auf der Internetseite des Bundestags hat er angegeben, als freier Mitarbeiter für White & Case LLP Berlin tätig zu sein und dafür monatlich Einkünfte der Stufe 1 zu erhalten, also irgendwas zwischen 1.000 und 3.500 Euro. Das ist ja so eine Stufenangabe, die uns Bürger davon abhalten soll, herauszufinden, was da wirklich Phase ist. Das schrieb auf jeden Fall die Süddeutsche. White & Case, hat das, das hat doch nichts mit Augustus zu tun, oder? Der NDR berichtet, auch die Nebentätigkeit für die Wirtschaftskanzlei bei White & Case wolle Amthor ruhen lassen, weil diese in Verbindung zu Augustus Intelligence steht. Finde ich überhaupt nicht verdächtig. So, ich fasse das Ganze nochmal mit den Worten vom Spiegel zusammen. Amthor erhielt 2.817 Aktienoptionen des Unternehmens und einen Direktorenposten. Er arrangierte in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter für die Firma ein Treffen mit einem Staatssekretär vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der tatsächlich mittlerweile schon geflogen ist, weil er nämlich Kemmerich damals unterstützt hat. Zudem gab es einen Termin mit Verkehrsminister Andreas Scheuer. Zudem arbeitete er nebenher für die Kanzlei White & Case, die offenbar Verbindung zu Orgassus unterhält. Von dort erhielt Amthor einen Betrag von bis zu 3.500 Euro monatlich. Dass diese versteckte Zahlung von Orgassus an ihn sein, weist Amthor zwar zurück, doch wofür er das Geld ansonst erhielt, wollte Amthor auf Nachfrage dem Spiegel auch nicht mitteilen. Ist Amthor nun also korrupt? Offensichtlich nicht. Keiner von den genannten. Nee. Nee. Endlich sagt es mal einer. Endlich schön, dass wir das aufgeklärt haben jetzt nach 46 Minuten. Niemand. Selbst wenn man sich ganz na... Endlich haben wir das, also wirklich. Kein Joke. Musste mal gesagt werden. ...auf das junge Alter beruft. Er ist, wie gesagt, zwei Jahre älter als ich. Ich frage mich, wie man da nicht zurechnungsfähig genug sein soll und wie kann jemand, der nicht zurechnungsfähig ist, überhaupt ein Mandatsträger sein? Hör doch mal auf, diese merkwürdigen Fragen zu stellen hier. Das sind wirklich unangebrachte, merkwürdige Fragen. Wenn man all das geglaubt haben sollte, weil man in seinem Leben noch nie, keine Ahnung, auch nur ein einziges Mal eine schlechte Tat von irgendeinem Menschen gesehen haben sollte, selbst dann sollte jetzt mit dem nächsten Fall klar werden, was hier eigentlich wirklich abgeht. Ach so, nebenbei. Übrigens trat er ja dann nicht für den Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern an. Hatte er seinen Fehler etwa eingesehen? Ach, wie T-Online erfuhr, hatten Parteifreunde ihm kurz vor der Vorstandssitzung erklärt, dass eine politische Schlammschlacht drohe, wenn er nicht freiwillig auf den Posten verzichte. Mehrere Funktionäre hatten lange Listen mit bohrenden Fragen zu seiner Lobbyaffäre mitgebracht. Die hätten ihn gegrillt, sagte einer der Teilnehmer danach zu T-Online. Amthor muss gewusst haben, wenn er sich auf den Kampf einlässt, wäre es sehr unsicher, zum Landeschef gewählt zu werden und wer weiß, was da für Details rausgekommen werden und was das mit seiner Karriere gemacht hätte. Dieses Risiko war ihm zu groß, er stellte sich grundsätzlich keiner öffentlichen Befragung zu diesem Thema und jemand, der so oft von Moral spricht, Alex beruhigt dich. Alles beruhigte sich. Es war ein paar Monate verhältnismäßig ruhig um ihn. Dann mitten in seiner neuen Image-Kampagne geschieht etwas, das man geflissentlich unter den Tisch zu kehren versucht. Amthor und TikTok. Amthor und ich sind uns ja eigentlich einer Sache einig. Als die Tagesschau einen eigenen Kanal auf der Plattform des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance startete, sagte Amthor, die Interessen vermeintlich privater chinesischer Unternehmen seien von denen der kommunistischen Partei Chinas in der Endkonsequenz nicht zu trennen. Gott sei Dank hat sich diese Ansicht seitdem verändert. Und da kommt glücklicherweise unser so oft verteidigtes Lobbyistensystem ins Spiel. Denn ohne Gunnar Bender, der zum neuen Cheflobbyist von TikTok wurde, nachdem er schon für Amazon und Facebook-Klinken geputzt hatte, weitere sehr angenehme Firmen, hätte Amthor vermutlich gar nicht die tollen Vorteile von TikTok erkannt, nämlich, klar, Geld. TikTok versucht nämlich gerade sein Image aufzupolieren. Falls ihr mein Video zu TikTok noch nicht gesehen haben solltet, ich verlinke es euch. Dazu trifft sich Bender mit allen möglichen Leuten aus der Politik. Es existiert tatsächlich eine Liste mit Namen von Politikern, die schlecht über TikTok sprechen. Dem Spiegel lag eine Rundmail vor. TikToks Liste? Alter. In der es hieß, das Treffen zwischen Bender und Amthor, das sei gut verlaufen. Es sei darum gegangen, die Gesprächspartner dazu zu bewegen, uns in verschiedenen Kreisen nicht weiter zu kritisieren. Das sei eine wichtige Entwicklung. Man sei übereingekommen, einen freundlichen Kontakt aufzubauen. Es geht aber schnell von jemandem, der so feste politische Überzeugungen hat. Ich meine, manchmal sehen Menschenrechtsverletzungen und Spionage nach einem gemeinsamen Shampus auch nicht mehr so schlimm aus. Und außerdem sitzt die Firma ja jetzt auch auf den Cayman-Inseln. Wie jede seriöse Firma ohne einen Hauch von krimineller Energie. Nach dem Treffen wies Bender Mitarbeiter an, das Usedomer Musikfestival in Amthors Wahlkreis mit 2500 Euro zu fördern. Amthor unterstützt das Festival regelmäßig, wurde dort auch im vorigen Herbst beim Eröffnungskonzert und prominent vertreten. Falls ihr euch fragt, jetzt so in diesem Umstand, warum es Festivals gibt, die so hart unterstützt werden, während der große Rest schlicht verrecken kann, es ist eine Klassik-Veranstaltung. Noch Fragen? Der Festivalleiter bedankte sich später per E-Mail beim TikTok-Mann-Bender überschwänglich und mit vielen Ausrufezeichen. Amthor räumt auf Spiegelanfrage ein, er habe TikTok vorgeschlagen, das Festival zu fördern. Und das, meine lieben Freunde, ist ja nun wirklich nicht strafbar, ne? Also wenn Firmen Gefälligkeiten bei Funktionsstellen des entsprechenden Wahlbezirks der politischen Personen leisten. Das ging sogar für TikTok an eine gewisse Grenze. Eine vergleichbare Zahlung habe es durch die Public Policy Abteilung nie zuvor gegeben, sagt eine der Mitarbeiterinnen in einer externen Befragung. Aber ist ein bisschen lahm, oder? Darum ging es auch gar nicht, das war sozusagen der Test. Vorab Amthor ist Bundesschatzmeister der Jungen Union. Es kam zu einer neuen Kooperation. TikTok sollte Technikkosten für den Livestream der Pitch-Veranstaltung übernehmen, eine Veranstaltung der Jungen Union, bei der die drei Kandidaten für den Vorsitz präsentiert werden sollten. Bender sagte dafür erneut Hilfe zu, die JU bedankte sich in einer Mail ausdrücklich für die Unterstützung. Und dann gab es noch ein Sponsoring von einer umstrittenen Firma. Drei Kandidaten hatten Gesichtsmasken mit Werbung der Versandapotheke Doc Morris getragen. Das ging selbst manchen JU-Mitgliedern zu weit, aber darum ging es nicht. Es geht ja um TikTok. Die sollten nämlich kein Sponsoring machen. Bei einem Sponsoring wäre es ja möglich, dass sie What the fuck, Bruder? irgendwo auftauchen. Aber es geht ja nicht, weil Amthor und TikTok, die sind ja nicht so, also offiziell nicht. Es ging also um eine Spende. Allen war klar, das ist jetzt illegal. Egal ist Gebiet. Man einigte sich auf eine diskrete Transaktion. Demnach sollte der Nach außen sollte allerdings die TikTok offenbar nicht als Geldgeberentscheidung drehen. Die jungen Union Sponsoring-Beauftragten schrieb der Plattform jedenfalls, ich möchte gerne wissen, an wen die Rechnung adressiert werden soll und wie wir diese durch den Zulieferer gestalten sollen. Man eignete sich auf diskrete Transaktionen. Demnach sollte der Technikdienstleister der Union seine Rechnung nicht an TikTok direkt, sondern an deren Berliner Agentur Miller und Meyer Consulting stellen. Ein Geldfluss zwischen TikTok und der Nachwuchsorganisation der Union wäre kaum wäre so kaum nachweisbar gewesen. Diese dreckigen kleinen Technikdienstleister der jungen Union seine Rechnung nicht an TikTok direkt, sondern an deren Berliner Agentur Miller & Meyer Consulting stellen. Somit hätte es keinen direkten offiziellen Geldfluss von der einen Position zur anderen gegeben. Aber das völlig unwahrscheinliche tritt ein, meine lieben Freunde. Eine Consulting hat ein Gewissen. Sie weigerten sich nach einer internen Prüfung bei der Sache mitzuspielen und auch die mit der Abwicklung beauftragte TikTok-Mitarbeiterin bekam kalte Füße. Sie wandte sich an die interne Audit-Abteilung. Die setzte ein formales Verfahren in Gang und beauftragte eine externe Anwaltskanzlei, die beiden Vorgänge aufzuklären. Wir wollen uns ja nicht der verdeckten Parteiwerbung strafbar machen, sagte Bender. Der Moment, wenn TikTok mehr Gewissen hat als der Politiker. Also hier ganz klar, das ist Arbeitsbereich von Amthor. Und wenn die Agentur bezahlt hätte, wäre das eine illegale Stromanspende gewesen. Marco, was meinst du? Wird das alles am Tor zum Verhängnis werden? Wenn es da zumindest einen Ansatz gibt, wo man sagt, okay, wir geben dem von mir aus noch eine Chance, aber wir fanden das jetzt auch nicht besonders gut und wir wollen da auch andere Regeln haben, dann mache ich den nicht zum Spitzenkandidaten. Dann vielleicht stelle ich ihn dann nochmal auf oder rede mit ihm oder gucken, was wir machen, weil er ist ja auch noch jung. Aber man macht ihn nicht zum Spitzenkandidaten. Das heißt, da muss der Union sich schon vorwerfen lassen, dass ihr das eigentlich scheißegal ist, dass ihr es vielleicht sogar richtig findet. Wenn man so Politik macht. Und das ist ja meine Sorge. Meine Sorge ist, dass eigentlich dieser Ansatz auch, habe ich auch in anderen Fraktionen gesehen, dass es richtig ist, dass die, die coolen Abgeordneten, die guten Abgeordneten sind, die besonders viele wirtschaftliche Kontakte haben, die auch für sich persönlich ausnutzen, die viele Nebenverdienste haben, die wenig im Parlament dafür sitzen und sondern sich eher um ihre eigene Zukunft kümmern, dass das eigentlich die coolen Abgeordneten sind. und das ist finde ich fatal und noch sieht es nicht davon aus, dass die Union sich abkehrt, aber natürlich schadet diese Geschichten ihr ja auch. Ganz ehrlich, Leute, nach dem Laschet-Video war mir nur ein ganz kleines bisschen flau um den Magen, weil das alles so eklig ist irgendwie. Aber jetzt bin ich doch ein ganz kleines bisschen hoffnungslos. Wie würdest du unser derzeitiges System, unser politisches System beschreiben, Marco? Viel Fassade mittlerweile und da, wo es wirklich darauf ankommt, wo die Willensbildung stattfindet bei den Parteien vor Ort und außerhalb der Parteien und Willensbildung, da ist nicht mehr so viel von da. Da bröckelt es ziemlich massiv und man muss es zusammen sehen, es ist eine völlige Verquickung zwischen Demokratie und Wirtschaftssystem entstanden und dieses Wirtschaftssystem, da bin ich zumindest sehr klar, ist auf gar keinen Fall eine soziale Marktwirtschaft. Es ist auch keine freie Marktwirtschaft, weil einige wenige bevorteilt werden in dieser Wirtschaft. Andere, die gehen halt einfach pleite, andere werden vom Staat gerettet und diese Verquickung von diesem marktkonformen Demokratie führt wirklich so ein bisschen zu so einer Feudal- oder Oligopol-Gesellschaft, dass also das praktisch wirklich so eine Gruppe das eigentlich beherrscht. Allerdings muss man sagen, ist diese Gruppe nicht fix, also da gibt es schon eine Veränderung. Also man kann auch in diese Gruppe reinkommen. Gerade wenn man dieses Spiel mitspielt, dann hat man vielleicht eine Chance, irgendwann mal da reinzukommen und ein paar Jahre mitzuspielen. Aber trotzdem ist es am Ende eben keine offene, echte Demokratie, so wie ich mir das vorstelle oder auch wie man eigentlich das so angelegt hat. Da bin ich auch ganz sicher. Übrigens, wenn ihr das ganze Interview... Marco Bülow ist echt ein guter Mann. Ich finde ihn in der Partei Die Partei vielleicht ein bisschen merkwürdig platziert, aber vielleicht ist er genau der richtige Mann vor Ort, um aus dem Satire-Meme-Fest eine ernstzunehmende, eine ernstzunehmende wählbare Partei zu machen. Denn das ist das, was mich bei der Partei Die Partei immer stört. Das ist mehr so, ja, wir machen Politik mit Satire und so. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Wenn du mit Marco Bülow hören wolltest, das war nämlich eine ganze Stunde lang und wirklich wahnsinnig intensiv, dann schreibt es mir gerne dort unten drunter, dann lade ich euch das im Nachgang zu diesem Video mal noch hoch, wenn ihr Interesse haben solltet. Danke, dass du dieses Video zu Ende angesehen hast. Bitte teile das Video am besten vor allen Dingen mit Leuten, die nicht sowieso schon in unserer Bubble hier sind. Gib ihm einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte und diskutiere gerne dort unten mit. Für das nächste Video werde ich mich dann vermutlich mal ausführlicher mit Nestle auseinandersetzen. Falls mich jemand von euch in Zukunft Oh mein Gott, was? Beim nächsten Video werden wieder ein paar Brunnen ausgepumpt? Bei meiner Recherchearbeit unterstützen möchte, dann kann er sich gerne bei mir via Instagram melden, das würde mir sehr helfen. Ja, und ansonsten vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, es freut mich sehr, dass ich mit solchen Inhalten so viele von euch erreiche. Ich halte es für sehr wichtig und bin von Mal zu Mal schockierter, was da draußen vorgeht. So, well fucking done. Well fucking done. Also Kommentare schreiben, Kommentare schreiben, unterstützen. In die Trendspunkte vielleicht sind schon über 700 Kommentare. Fünf von fünf möglichen Sternen, ganz unparteiisch. So, ladies and gentlemen.